Einer von diesen Shooting Stars im Schweizer Snowboarding mit den US Open, X Games und so weiter. Ich bin mit 17 als Snowboarder plötzlich ein Star geworden, eine Szene, fast ein bisschen verschrocken. Darauf habe ich fast mal aufgehört, komplett unten durch und habe gefunden, hey, mach das aus dem Grund, wieso es liebst und das ist Snowboarding. Ich konnte den Step-by-Step aufbauen und die Konstanz ist jetzt da, aber es hat gewisse Vorarbeit gebraucht.